Bist du Kampfmeister Vanjeck? Ja, der bin ich. Was willst du? Ich bin Heinrich. Eric sagte, du siehst dir an, wie gut ich mit dem Schwert bin. Ah, noch ein Grünschnabel. Schön, dass Kosslik seine Arbeit macht. Allerdings können die meisten nicht mal einen Haufen Scheiße mit einer Mistgabel bekämpfen. Also, dann zeig mal, was du kannst. Hast du eine Waffe? Wenn nicht, kannst du dir dort drüben eine leihen. Bereit? Lassen wir es angehen. So, dann zeig mir mal, was du kannst. Himmel, hilf! Du bist viel besser als die meisten dieser Scheißkerle hier. Gut gemacht. Ich hatte etwas Übung. Wie ihr denn hier wirst? Das sehe ich.